hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe neue folge ea sports 25 mit meiner werder brem karriere ja mein name ist michael und ich spiele für euch ich schätze mal ein zwei spiele auf jeden fall und ja gucken wir mal von der zeit her aber müssen so zwei spiele sein ja leute aber vorab checken abgeben michael kommentiert fleißig lassen daumen hoch da das viele wieder supportet mich und das gerne kostenlos aber da und vergisst nicht die glocke zu aktivieren mit hier nichts mehr verpasst so dann schauen wir mal auf die aufstellung schnell noch kurz ja ja das ist okay alles soweit ja gut dann wollen wir das erste spiel machen leute und ja guck mal eben noch mal stellen was unter einstellen ich weiß nicht ob ich das hier auch gemacht habe alles klar ja dann legen wir los und gehen ins erste spieler leute wir spielen in den dritten trikots in den schwarzen und augsburg spielt in den heimtrikots und wir spielen in der wwk arena auf weltklasse drei minuten und ist rekrypt und los geht's und dann wollen wir mal sehen wie sich der neue trainer an der seitenlinie so macht gleich geht los dranbleiben es ist heute ein bisschen trüb ein bisschen wolkenverhangen in augsburg wir melden uns live aus regnen ein bisschen ja spieler ganz diese partie gemeinsam mit jan platte für euch kommentieren zu dürfen jan platte und florian schmidt sommerfeld die neuen kommentatoren leute die lange zeit der vorbereitung hat endlich ein ende jetzt geht sie auch offiziell wieder los für diese beiden mannschaften neue saison wir freuen uns auf das erste ligaspiel und sind gespannt dass er ankommt ja ich freue mich schon jetzt geht es hier wieder los mit dem neuen spiel auch das ist hier wieder dazu gefügt worden wie dieser dieses einlaufen was ist er vorher bei 24 nicht gab aber auf der ps4 version gab es aber nur auf der ps5 version halt eben nicht aber es ist jetzt wieder dabei das finde ich viel cooler sie greifen zum viel aufstellung zeigen und eine formation bei der die leute mit den ideen glänzen und ihre stärken ausspielen können ich bin gespannt inwieweit das heute schlatter beck so spiels werder heute wir sehen dass wir zwei eine klare einfache aufteilung mit den drei reihen aus der kompangtheit heraus werden sie versuchen ihre offensiven leute in szene zu setzen mal gucken wird sie das hinbekommen so anstoß selbst ausburg augustburg und los geht's anstoß zur ersten hälfte jensen hinzu noch auch auch aber das kann gut sein das ich bin dafür bekannt leute das ist immer ruppel haupte 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 Das ist so geil. Ja, ja. So, Freischuss, gefälliger Freischuss für Augsburg. Geht er rein, geht er nicht rein und er... ...geht nicht rein. Ja, mhm. Oh, oh, oh. Starker Zweikampf. Jetzt könnt ihr den Ball in die Mitte schlagen. Ja, und da kribbelt es doch ehrlich gesagt immer. Oder wenn wir das Debüt eines neuen Trainers erleben, das erste Mal beim neuen Klub auf der Bankplatz. Und wir wissen alle, Schmizo, um die Wichtigkeit des ersten Eindrucks und man stellt sich die Frage, wie viel passt schon zusammen, wie viel von seinen Ideen wird dann auf dem Feld schon umgesetzt. Bringt er jetzt die Flanke? Ah, schade. Schade, schade, schade. Hä? Was für ein Abseits. Und für mich in erster Linie das Timing des Passgebers. Es hat er noch einen Ticke wartet. Es ist gar ein Absatz. Ach, ja, okay. So, Treffer im Leipzig-Spiel rüber ins Studio. Das erste Tor ist gefallen für RB Leipzig. Neuer Spielstand damit 1 zu 0. Gespielt sind 19 Minuten... Für diese Infos... Mano... ... ... ... ... ... ... ... ... Schade. Schade, schade. Rabiot. Ja, klar. Pickford. 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 Zack, da ist das. 0 zu 1 in der 33. Der Mann mit dem Mal 11. Justin Jimmer. Das 0 zu 1. Die verdiente Führung. Auf jeden Fall. Schönes Ding. Erstes Tor in der ersten Partie. Wer schießt das Tor? Jin Ma. Jin Ma. Tor in Freiburg. Wer hat es gemacht? Tor in Freiburg. Ja, wir haben hier das erste Tor für Stuttgart. Der neue Spielstabler ist 1 zu 1. Stuttgart gegen Freiburg. Danke ins Studio für diese Infos. Das ist sehr gut zu. Und das könnte sein. So, und weg ist der Ball. Der Hauswasser gefahren zu. Spät. Der Abschluss war ein bisschen zu harmlos. Das ist so, ja, 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 der. Oh mein, oh! Halbzeit 1 zu 0. Ja, ist auf jeden Fall verdient. Würde ich schon so behaupten. So, Teammanagement. Ja, Riedelgelb und am, ja, so, wir werden mal gucken, dass wir ihn auswechseln. Ja, und machen wir weiter, Leute. Anstoß der SV Werder. Amos Pieper kommt für Friedl. Neuene Partie. Amos Pieper. Ah, sehr guter Stellungsspiel. Ball drin. Tietz. Ah, und da geben sie den Ball ab. Da haben sie jetzt zuletzt dran. Ecke. Ecke. Jetzt mal reingrätschen. Ob der ja noch zur Ecke geht. Ah, ehrlich. Auswechslung bei Augsburg. Will keiner sehen. Ja, was ist das denn, Junge? War ein bisschen halb, da ist immer noch gefährlich. Ja, Ball raus aus der Gefahrenzone. Das ist natürlich ein starker Ball. Und zwar mit der Faust. Hat er mit Absicht gemacht, hab ich einfach geschossen immer. Ich kann nur so herrschenken, ärgerlich. Ja. Ja. Genau. Einfach zu uns. Ach, jemini. Der Ball gewinnen Angriff ist vorbei. Nö. Hä? Er ist immer. Und er entscheidet hier auf Vorteil. Sehr gut. Ja, gut gemacht. Ball geholt. Schnell rüber ins Studio. Tor. Ich dachte, er ist vorne wieder mein Spieler. Oh, er hält den Ball. Nicht abgewert. Also, auf ihrer Seite habe ich bislang kaum was eingetragen. In Sachen große Chancen. Es fehlt an Kreativität. Im Spielaufbau, auf dem Weg nach vorne. Passiert dann doch herzlich wenig. Und das sieht jetzt gefährlich aus. Wie im Lerbe zugemacht im Strafraum. Hä? Fairgemacht im Strafraum? Wollt ihr mich verarschen, Junge? Fünf Minuten sitzen und die können lang werden, weil sie führen ja nur mit einem einzigen Tor. Sag mal, aber wieso? Hä? Hä? Ich kapier es manchmal nicht. Das erste Tor ist gefallen für Bochum. Der neue Spielstand lautet damit also 2 zu 1. Bespielt sind 85. Was legt der sich jetzt 10 Kilometer vor? Meine Fresse. Mann, ey. Der dreht sich und legt ihr 10 Kilometer vor. Meine Gute, ehrlich. Es war nicht einfach, aber sie waren spielstark und auch leidenschaftlich genug, deswegen finde ich... Vergiss nicht, wir waren auch besser. Idiot. Nee, nee, nee. Jetzt bin ich gewonnen. Jetzt bin ich gegen Buster und Dortmund. Super. So, äh... Profi Rollen verfügt. Äh, okay. Fangen wir hier, etc. Okay, nehmen wir die Rollen übernehmen, ja. Äh, 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 äh. jetzt noch mal neun wochen neun wochen dann über das bleiben wir bei dem man ja schon haben wir noch wir werden noch und 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 der mal angezeigt rolle übernehmen so 13 wochen 20 woche 20 wochen aber immer trotzdem dat oder unsichtbarer stürmer trotzdem ja ansehen wie ich das wirklich weiß ich nicht immer wieder so interessiert interesse an alphonso davis ok kauft ruhig den beinahe alles weg ist kein problem er hat meine erlaubnis so weiter geht sechs tage habe ich doch irgendwann auf dem transfermarkt oder so ich guck mal eben dafür zentrale nur grün 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 ok leute ich kann muss den halt verkaufen weil ich kann mit dem nichts anfangen ich kann ja nicht umwandeln auf z m und ich glaube das geht schon aber es dauert 90 tage oder sowas oder 90 wochen und das bringt mir überhaupt gar nichts ich will aber noch jemanden ich möchte auch gern noch ich habe hier den ich möchte gern kühen verpflichten da muss ich das geld noch zusammenkriegen für ja muss ich mal gucken wen habe ich denn ok ok so so kiffen sie bis mittelfeld kiffen sie eben auch noch machen der ganze z m so alles klar genau ich glaube ich würde noch gerne verkaufen was ist denn wert 1,1 1,1 und bei wen erst mal endlich kiffen sie und jetzt ja 60 ok ok so ich weiß gar nicht wie viel geld wir noch haben äh ich schau mal eben 13 millionen ja dazu kommen wir uns kühn jetzt leisten dass ich werde ihn auch fest verpflichten und das werden wir jetzt glaube ich auch schnell machen und ja komm mal her kühnchen direkt verpflichten was ist der wert 8,5 wie 8,5 ist der wert ach der hat sich schon um hä hat sich schon um 2 verbessert wie 2 ok kauf vorschlagen ja gucken wir hoffentlich gehen wir den so für seinen marktwert vielleicht das wäre so mal 8,5 biete ich jetzt mal aber hoffentlich nehmen die an nö die wollen niklas stark haben und 4,5 millionen sind 8 8,5 9,2 äh nö gegenangebot tausch der spieler entfernen dann machen wir machen wir dann halt eben 9 und ich glaube dann werden sie wohl annehmen ich mache 8,8 8,8 und dann werden sie annehmen 8,8 millionen und wir haben jetzt dann verpflichten wir kühn fest verhandeln ja leute gehen drum und wird es nicht leicht das wird nicht leicht ok kühn nimmt an schlüsselspieler vier jahre sehr gut gehalt geben wir ihnen dann mal 40.000 und wieder direkt annehmen genau so der rekühn fest verpflichtet für 8,8 millionen 8,1 optimal gewesen ja klar ich gebe 8,5 leute ich gebe 8,5 millionen ein da sagen die nein aber bestmöglich die wir 8,1 millionen gewesen macht sinn ne versteht ihr also da wird man kühn immer fest verpflichtet so der kriegt dann die rückennummer wie ich das immer mache die 5 und dem mann du kannst mit sicherheit nicht die 2 du kriegst die 25 den wandel wieder schon als er vorne er ist ja rechter verteidiger das soll er auch werden in zwei wochen ist das soweit backhaus auch im cooler name irgendetwas regel die 3 ist richtig weiß die vier auch so ja nachricht von kühn wir haben alles gegeben damit es klappt bitteschön 8,8 millionen ärmer so weiter ja leute wie gesagt hier das mit den nachricht wirklich echt mega cool was die so eine funktion gemacht hat das waren wir da 1 3 gewonnen rostock und FC bayern münchen endet 1 zu 3 für bayern eieieieieiei was ist das deong ah ok so trip hier jo trip hier wechselt von newcastle united zu as rom verteilt eine absehe von 22 millionen die haare von dem angehörter und die power haare hat sie aktiv was gepflichtet aus galli 26 von ps4 eintürfen für 16 millionen ablöse weiter für für unseren top haben wir ein angebot bekommen von hoffenheim aber gibt es nicht ne kicke top wird nicht verkauft erstmalig juvic laie von milano fca milano und leute genau hintermailand und ac mainland haben wir ja hier bei ea sports 25 verloren von den namensrechten her und haben mehr dafür aß rom und es ist in der apple ist es ist ja nerpel eigentlich ja ja wir wieder zurück ja ja wir auf jeden fall wieder zurück bekommen die rechte nur zwei jahre verloren um zwei jahre zurückgewonnen wieso meine ich so wechselt weg zu augsburg so jetzt geht's gegen dortmund ran mega transfer für was also schließt das schließt ja schön so schön das wird nicht einfach mein lieber meine lieben nationalmannschaft mexiko mexiko lissandro martin es ist doch der torwart glaube ich oder da es ist in der napoli zu heißen die genau die namensrichte sind wir dabei so ja das lande haben wir nach dem spiel gehen wir rein leute ins zweite spiel dort muss spiel den dritten trikurs so ist das fein so ja so wir spielen im wohnen west hier steht zwar nur weserstadion aber heißt das nicht immer noch wohnen im west weserstadion egal leute wir spielen im weserstadion weltklasse drei minuten heiter und los geht's so also ich glaube das wird ein richtig gutes spiel wir freuen uns auf dieses match und gleich geht's hier schon los leute könnt ihr gerne meine kommentare reinschreiben was ihr von dem spiel haltet ist ich bin interessieren gegen brusia dortmund liebe fußballfans herzliche grüße gehen raus wir melden uns aus dem hohen norden wir melden uns aus bremen kommentatore team wie so oft florenz mit sommerfeld und ich freue mich das jahr jahn platte ist auch dabei werder bremen werder bremen ist der saison start richtig gut gelungen es war ja durchaus dass sie zum auftakt einen sieg gelandet haben wieso ist das eine überraschung wenn wir gegen augsburg 1 zu gewinnen aber ich bin mir sicher warum ist das eine überraschung das wäre aber eben so schlecht dass das dass sie sagen dass es eine überraschung ist ich weiß nicht so richtig gegen dortmund da würde ich jetzt sagen wenn wir gewinnen sollten wenn die dann sagen dass es eine überraschung okay das verstehe ich aber aber gegen augsburg ist eigentlich die siegpflicht normalerweise schlotterbeck kubelchen so so dann schauen wir auf die aufstellung von werder bremen heute als formation sind sie im 442 unterwegs das einige möglichkeiten bietet ihr fokus liegt aber recht klar auf sicherheit und kompaktheit und dann nach ballgewinnen also ich muss noch mal ändern so auch so von dortmund wir sehen 451 dass sie für die jahre bei er spielt da sind doch gerade kohassi bei der ausstellung um dem gegner so große probleme zu bereiten na dann wird ja bestimmt noch eingewechselt so anstoß wo ist der dortmund los geht's leute so und jetzt rollt der ball die dortmunder haben hier anstoß zur ersten halbzeit schade 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 gute chance anton oh dass er weiter spielt sehr guter zweikampf guter pass wird vielleicht was bis jetzt sind wir am drücker romano romano gelb leidend schade 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 S.V. Werder in der 26. Stunde, der Mann mit der Nummer 11, wie immer, Justin Zimmer. Ja, sehr schön, sehr schön. Und dieser Jubel hier, das Geschrei ist groß. Die Entstehung des Tors nochmal, schöner Konter zunächst. Und das ist dann natürlich ein tolles Tor, kurze Distanz bleibt ganz cool. No. Der S.V. ist wieder da. Der S.V. ist wieder da. Zweites Tor, eine zweite Partie. Tor für Wehmen. 1 zu 0 und so spielen wir weiter. Pinummer 11, Jinma. Band. Oh. Julian Brands. Julian Brands hat die Kugel. Ja, schöner Schuss. Mal festzuhalten. Sanchez. Und dann Romano Schmid. Ja. Und wir haben den Treffer in Frankfurt. Schalte ins Studio. Hier ist das erste Tor gefallen. Für Frankfurt. Neuer Spielstand damit 1 zu 0. 37 Minuten sind gespielt. Abseits. 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 Naja. Abseits. 2 bis Tor. 1. 1. Für Kamera. In Pepsi. Ja, Halbzeit 1 zu 0. Nicht viel los bei Lüderbrand. Ja... Schauen wir mal... So, machen wir weiter, Leute. Anstoß der SV Werder. Wir führen 1 zu 0. Das freut mich. Hallo? Hallo? Kein Durchkommen irgendwie. Alles zugestellt hier, Dortmund. Alles. Ja, das 2 zu 0, Leute. In der 53. Spiel wurde der Mann mit der Nummer 11. Justin Jinmar. Mit dem zweiten Versuch. Er schießt aus allen Lagen Tore. Da bumm. Es ist nur abgefälscht, glaube ich, gewesen, oder? Ist ja nicht abgefälscht gewesen, der Schuss. Von ihm hier. Nee, doch nicht, oder? Aber direkt. Ja, super. 2 zu 0, Leute. Anschluss, Dortmund. 2 zu 0. Stehts. Und jetzt geht's weiter. Die Nummer 11. Jinmar. Bayer. So. Und jetzt ist es passiert. Eintracht Frankfurt. Da ist ein Tor gefallen. Abday aus dem Studio. Das zweite Tor. Ja, Freistoß. Faule so unstrittig. Und was ne Position. Oh, da könnte's gleich brennen. Was ne Position. Das könnte gleich brennen, sagt er. Hm, okay. Da sind noch keine Feuerliche machen. So man schießen. Finde ich. Ist das Fußballspiel, oder? So. Romer Rodriguez rein für den. Bringt frisches Personal. Für den, ja. Angeschlagenen Schmied mit der gelben. Und Adjemi kommt jetzt rein. Ja, geil. Rodriguez. So. Und der Abschluss. Nicht schlecht. Boah, der ist drin. Besser kannst du's ohne Freistoß nicht schießen. Ja. Anschlusstreffer. Puh. Puh. Was ein Freistoß. Junge, Junge. So welchen Freistoß will ich auch mal schießen können. Das kann nur die KI. Guckt euch das mal. Und der knallt über den Kopf gegen den Pfosten. Der dauert doch. Das sah ein bisschen lustig aus. Naja. Ähm. So, der BVB. 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 Gut abgefuckt. Und die Gerüchte zuletzt wurden ja immer klarer. Jetzt ist es offiziell. Der Neuzugang hat unterschrieben. Ja, ich bin wie so viele andere auch. Das könnte jetzt der Aufgleich werden. Und der Linienrichter zeigt. Abseits. Wir sehen's, Dortmund wechselt jetzt. Ja. Äh. Ey. Verpiss dich, Bayer. Ja. Natürlich. Er stolpert. Ach komm. Er stolpert und nimmt den Ball noch beim Stolpern mit. Also hier. Ganz ohne Witz. Das kann's nicht sein, Leute. Wirklich nicht. Mein Schwachsinn. Irgendwie so ein Schwachsinn. Ne, nicht da. Davor war das gewesen. Bullshit ist das einfach nur Bullshit. Schwachsinn, wirklich ehrlich. Was ist denn für ein Abseitsmann? Ach, verpiss dich. Für ein Video bist du sowieso ständig im Abseits. Na ja, ehrlich. Noch 10 Minuten zu spielen in diesem Spiel. Ne ist Raves. Ne ist Raves. Ne ist Raves. So ein Schwachsinn im Missspiel, Alter. Ich schwör's dir. So was geht auch nur bei Dortmund. Oder bei Bayern. Oder sonst irgendwas. Die können so was. Stolpern. Und schießen gleichzeitig das Tor. So. Da haben wir die Nachspielzeit. Es sind 2 Minuten. Sabitzer. Ey. Wieso machen die auch nix? Ne? Kein. Gute. Mann. Ey. Schwachsinn spielen wirklich, Leute. Das ist asozial gewesen. Fürs 2-0 und Spielzeug 2-2, weil die ja ein Stolpern Tore schießen. Egal. 2-2 ist okay. Die Dortmund. Aber trotzdem ist das ärgerlich, wenn man 2-0 führt und dann wegen so einer scheiße Unentschieden spielt. Äh. Geht gar nicht so was. Egal. 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 Wir wollen auch nix mehr kaufen. Sparen wir das Geld erstmal. Wir wollen ja noch Grün verkaufen. Das hätte auch nix mehr großartiges. Egal. 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 so gerüchte quatsch wesse konzo konzo gerüchte liverpool in verteidiger 13 bayern bleibt auch nur wahrscheinlich ein gerüchte ok was haben wir hier james wechselt von chelsea nach real madrid 14 tagen am ersten spiel erst mal drei angebote also kicke topf laufen wir nicht und verleihen auch nicht abnehmen minus welt kufig kurz leih auch nicht aber wir haben noch ein angebot wie milos ach so zwei jahre wollen wir ja auch nicht verleihen was soll er will tom bischof haben was wollen die mit dem was soll er jetzt mal ganz ehrlich leute was will bachler mit tom bischof von von thiers g hoffenheim der eine stärke 68 hat ja nur weil er aufrede man für die zukunft stehen hat bei ihm aber was wollte ich mit dem das spiel wird doch eh nicht spielen da genau reeks james ist nachher mehr dritt gewickelt das ist ja schon das ist ja schon okay das ist doch realistisch ja aber was soll die tom bischof so aha jungsgau was haben wir da schönes bekommen nein wollen wir nicht auch nicht kein interessantes spiel dabei jugendturnier hat begonnen weiter nächstes beim nächsten video leute spielen wir gegen mainz nur film auswärts auswärts aber erst beim nächsten video und hier ist erstmal die analyse 17 der platz des weins neue pool verfügbar so ja akku ist sie kann jetzt ist jetzt ein richter verteidiger so wie es sein soll 18 wochen 26 wochen 18 wochen 19 wochen ok dann nehmen wir das hier ja so neil pushofi javes ja der ist jetzt soll jetzt zom sein und er ist zom jetzt geworden 79 wochen 57 wochen 79 wochen dann nehmen wir das 57 was auch sonst vier um diese mails ja posten blablabla posten messermannschaft carwest posten ja ja bremer pc will bremer haben von event ist turin und die spurs wollen kunati haben ah ja gut so leute das war es mit dieser folge ich hoffe es hat euch die ersten zwei spiele ich gespielt habe gefallen habe mich zwar ein bisschen viel aufgeregt aber wer mich kennt der weiß das so bin ich halt richtig viel auf bei fußball eine magst du andere eben nicht wenn es nicht mag hat pech und ja ich hoffe es hat euch trotzdem gesagt gefallen kommentiert fleißig lasst einen daumen hoch da leute nicht vergessen daumen hoch lassen sehr sehr wichtig wenn ihr das möchtet oder das gefallen hat supportet mich teilt meine videos und das gerne kostenlos aber da und ja aktiviert die glocke mit hier nichts mehr verpasst ich freue mich und sage tschau bis zum nächsten mal und ja mich Danke.